. Verhöre, Schikanen, Aufnahmelager. Ein vergessenes Kapitel deutsch-deutscher Geschichte. Rübermachen, nicht von Ost nach West, wie Millionen andere. Sondern von West nach Ost. Freiwillig, aber oft mit bösem Erwachen. Ich hab mich gefühlt wie im Knast. Wir können Sie immer gebrauchen, selbst wenn Sie eingesperrt werden. Wir sind Ihr Kontaktmann, wir kümmern uns um Sie. Am Anfang wurde es immer sofort still, wenn ich irgendwo hinkam. Und dann hörte ich, das ist die aus dem Westen, das ist die aus dem Westen. Das war für mich doch nicht so einfach. Auch mit ihren Spitzensportlern geht die DDR-Führung nicht gerade zimperlich um. Aus der heutigen Sicht würde ich das glatt als Erpressung darstellen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu erwischen. August 1961. Mit dem Bau der Berliner Mauer wird die Grenze zwischen West- und Ostdeutschland endgültig dicht gemacht. Über Nacht werden Familien auseinandergerissen. Wer kann, flieht in letzter Sekunde in den Westen. Insgesamt kehren von 1949 bis zur Wende rund vier Millionen DDR-Bürger dem Sozialismus den Rücken. Seit dem Mauerbau und der größten Lebensgefahr. Was weniger bekannt ist, es gibt auch eine gegenläufige Bewegung von West nach Ost, wenn auch erheblich kleiner. Rund eine halbe Million Menschen siedelt in die DDR über. Die meisten ehemalige Flüchtlinge, die wieder zurück wollen, aber auch Westdeutsche, die es aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen in den Osten zieht. Doch weder Einwanderer noch Rückkehrer werden mit Blumen empfangen. Nach ihrem Grenzübertritt müssen die meisten in ein Aufnahmeheim, werden überprüft, bespitzelt, unter Druck gesetzt. Wer nicht ins System passt, wird zurückgeschickt. Eines von diesen Aufnahmeheimen schloss Barbie an der Elbe bei Magdeburg. Einwanderer und Rückkehrer werden hier seit Ende der 50er Jahre auf ihre Loyalität zum Sozialismus geprüft und stundenlang verhört. Eingesperrt hinter hohen Mauern und Stacheldraht, oft über mehrere Monate. Einer der Einwanderer, Manfred Dott. Der gebürtige Koblenzer betritt zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder Schloss Barbie. Rund neun Monate seines Lebens war er hier festgehalten worden. Das war schon so schlimm. Ich habe mich gefühlt wie im Knast. Denn wo ist es denn sonst so, dass ein Objekt umzäunt ist, dass man mal in den Hof kann und das am Zaun entlang uniformierte Leute patrouillieren. Heute stehen auf dem Gelände noch immer Gebäude von damals. Erinnerungen werden wahr. Das ist ja noch wie damals. Ach du meine Güte. Ja, hier hat man ein paar Möbel zusammengestellt. So viel hatten wir in unserem Zimmer nicht. Aber die Tapeten sind noch genau wie sie damals waren. Also ich werde nicht wieder. Hier hat sich ja gar nichts verändert. Der Handwerker Manfred Dott lebt Ende der 60er Jahre mit seiner Frau und zwei Kindern in Koblenz. Er verdient gut im Goldenen Westen. Aber das Land ist in Aufruhr. Die 68er-Bewegung protestiert gegen das Wertesystem der Eltern und kämpft für eine Erneuerung der Gesellschaft. Kapitalismus! Wir zum Faschismus! Kapitalismus! Los werden! Auch Manfred Dott kämpft gegen den Kapitalismus. Er ist damals überzeugter Kommunist und Mitglied der DKP, der Kommunistischen Partei der Bundesrepublik. Über die DKP knüpft er Kontakte in die sozialistische DDR. Dann haben die gesagt, wir bieten ihnen an an der Karl Marx Universität zu studieren. Kann ich doch gar nicht. Ich bin doch eigentlich Handwerker und mache mal. Das kriegen wir schon hin. Wir qualifizieren dich so, dass du das hinkriegst. Studium ohne Abitur, das ist ja was. Manfred Dott zieht also 1971 nach Ost-Berlin, um für zwei Semester Gesellschaftswissenschaften zu studieren. Auf Kosten der DDR, die auch seiner Familie in Koblenz den Unterhalt zahlt. Bundesbürger, die in der DDR zu Gast sind, bekommen nur die schönen Seiten des Sozialismus zu sehen. Und die entdeckt auch Manfred Dott. Und da habe ich Edith getroffen. Wir waren dann öfter zusammen aus und es wurde immer enger. Zu dem Zeitpunkt war ich auch noch verheiratet und hatte ja zwei Kinder im Westen. Die Familie war ja da. Das war also so eine Sache. Ich meine, gut, ich will nicht sagen, dass ich da alles richtig gemacht habe, aber es war halt eben so, wie es war. Wir haben uns also aneinander gewöhnt, während meine Familie in Koblenz immer weiter von der DDR unterstützt wurde. Nach dem Studium geht Manfred zurück nach Koblenz, aber nur, um sich scheiden zu lassen. Er will schnell zu seiner neuen Freundin ins sozialistische Deutschland auswandern. Zusammen mit seiner älteren Tochter Anja. Die Jüngere bleibt bei seiner Ex-Frau. Die Jüngere sind in der DDR. Meiner Mutter habe ich gesagt, wir fahren jetzt in die DDR. Ob du mich nochmal wieder siehst, weiß ich nicht. Die hat furchtbar geheult in Koblenz und dann sind wir losgefahren. Meine Tochter und ich über die Grenze in Richtung Berlin haben uns bei der Volkspolizei gemeldet. Wir möchten übersiedeln in die DDR. Ich möchte zu meiner Freundin und wir wollen heiraten. Dann haben die mich nach dem Aufnahmeheim in Barbie gefahren. Dass es das gibt, habe ich ja vorgestellt. Das habe ich ja da erst kennengelernt. Und hier bleiben sie jetzt mal, bis alles fertig ist. Und wenn wir hier durch sind, dann werden wir ihnen sagen, ob sie in der DDR bleiben können oder ob sie wieder zurückfahren. Und dann hat man mir mein Auto weggenommen, mein Bargeld weggenommen, meine Ausweise weggenommen. Ich hatte also gar nichts, nur meine Tochter an der Hand. Ich habe ein Ziel vor Augen gehabt. Ich will meine Freundin unbedingt heiraten. Und egal, was jetzt passiert, du musst das machen. Es blieb uns nur diese Möglichkeit. Da dachte ich, wir fahren in Urlaub. Also ich dachte, das wäre schön. Mein Vater hat gesagt, wir sind jetzt hier im Aufnahmeheim in Barbie. Und er hat es mir erklärt, das gehört dazu, wenn man in die DDR will. Und dann habe ich das hingenommen. In Barbie werden damals, so erinnert sich dort, etwa 60 Einwanderer festgehalten. Die meisten sind ehemalige DDR-Flüchtlinge, die im Westen gescheitert sind. Nur wenige sind in der Bundesrepublik aufgewachsen, wie Anja und ihr Vater. Was die beiden nicht wissen, dieser Raum wird für die nächsten neun Monate ihr Zuhause sein. Die Installation dieser Heime war zwingend notwendig, wegen der Gewährleistung der Sicherheit in der DDR. Man wollte unter gar keinen Umständen zulassen, dass Verbrecher, Kriminelle oder sogar Agenten oder deren Gehilften wir in der DDR aufnehmen konnten. Karl-Heinz Schmalfuß ist bis zur Wende 1989 hochrangiger Beamter im DDR-Innenministerium. Zehn Jahre lang leitet er das Büro des Innenministers Dickel. Er ist ganz nah dran, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Sein Rückblick, zwiespältig. Ich habe natürlich feststellen müssen, dass wir große Probleme, Schwierigkeiten, Fehler gemacht haben. Aber ich möchte die Zeit nicht missten, in der Periode dieses antifaschistischen deutschen Staates gelebt und gearbeitet zu haben. DDR-Rückkehrer Klaus Hofmann kommt 1963 ins Aufnahmeheim Barbie. Der gebürtige Dresdner war noch vor dem Mauerbau aus Abenteuerlust in den Westen gegangen. Doch dann packt ihn das Heimweh. Also ich wollte zurück, weil meine Verwandtschaft ja hier alles in Dresden war und ich hier drüben keinerlei Kontakte hatte, auch nicht richtig Fuß gefasst habe. Wie Klaus Hofmann scheitern viele DDR-Flüchtlinge an der manchmal rauen Wirklichkeit im Westen oder vermissen ihre Familie. Im Sommer 1963 versucht er zum ersten Mal in den Osten zurückzukehren. Nach Dresden, zu seinen Eltern. Ich habe also meinem Vater erklärt, dass ich also illegal hierher gefahren bin. Da hat er gesagt, na gut, wir müssen uns aber dann unbedingt nach Polizei stellen, müssen wir Polizei melden. Ja und die haben dann gesagt, dass wir uns natürlich dann in eine Aufnahme heimbegeben müssen. Die haben uns etwa drei Wochen später abgeschoben nach drüben. Als Begründung haben sie gesagt, weil das Fahrzeug, was ich hatte, das war ein VW-Käfer, dass das Fahrzeug geliehen war von einer Tankstelle, also Leihfahrzeug. Und außerdem war der Fernseher, den wir mit hatten, noch nicht ganz bezahlt. Da fehlten noch Paraden. Für die 60er Jahre ist überliefert, dass etwa die Hälfte der zum ersten Mal in die DDR kommenden abgewiesen wurden und etwa ein Drittel der Rückkehrer. Das heißt, das Risiko, nicht aufgenommen zu werden, war in dieser Zeit schon sehr groß. Auch Manfred Dott hat Angst vor Abschiebung in den Westen. In der ersten Woche im Aufnahmeheim dürfen er und seine Tochter das Zimmer kaum verlassen. Manchmal ist er mal kurz weg, aber dann hat er gesagt, er wird was gefragt, ich weiß es nicht mehr genau. Fast täglich wird Manfred Dott wie alle Übersiedler zum Verhör abgeholt. Man will prüfen, ob der Mann aus dem kapitalistischen Westen in der DDR bleiben darf. Die ersten Befragungen übernimmt die Kriminalpolizei. Bei uns kam es in erster Linie darauf an, dass wir Personen nicht aufnehmen, die uns Probleme bereiten werden. Und die Palette von dem, der straffällig geworden ist, von dem, der Schulden hatte, von dem, der sich einfach von seiner Familie entfernen wollte und keinen Unterhalt zahlen wollte, die wollten wir dann nicht nehmen. Gerd Wöhl lebt noch heute hier im Ort, in der Nähe seines ehemaligen Arbeitsplatzes. Er war jahrelang Kriminalbeamter in Barbie, kurze Zeit sogar Abteilungschef. Stundenlang befragt er damals die Einreisewilligen, um herauszufinden, ob sie in der Bundesrepublik straffällig geworden sind oder Schulden haben. Die Entscheidung, ob die Einwanderer bleiben dürfen oder zurück müssen, liegt allerdings nicht allein in Gerd Wöhl's Hand. Ich weiß, dass die Leute, die von mir befragt worden sind, zum Großteil auch durch Mitarbeiter Staatssicherheit befragt worden sind. Aber das war also in anderen Räumlichkeiten eine Treppe höher. Und selbst hatten wir auch keinen Einblick über diese Art der Befragung. Die Männer von der Staatssicherheit fällen am Ende die Entscheidung, wer im Sozialismus leben darf und wer nicht. Und für diese Entscheidung nehmen sie sich in Barbie viel Zeit. Besonders Bürger aus der feindlichen Bundesrepublik wie Manfred Dott erwecken das Misstrauen der Stasi. Der psychologische Druck wurde dann später in den anderen Verhören aufgebaut, in denen ich gefragt wurde, wie ich denn den Sozialismus fände, wie ich die DDR fände und warum unbedingt das so laufen musste. Ich hätte doch Familie im Westen gehabt, wieso kann ich wegen so einem jungen Mädchen meine Familie im Stich lassen und lauter so Sachen. Und dann natürlich auch die praktischen Sachen, die DDR gebrauchen konnte, meine Zeichnungen über die Fabriken, in denen ich gearbeitet hatte. Einreisewillige sollen vor allem ihre Loyalität zum Sozialismus beweisen. Außerdem verspricht man sich von den Westdeutschen nützliche Informationen über Militärstandorte und Industriebetriebe. Handwerker Manfred Dott hat in Koblenz in einem Reifenwerk gearbeitet und ist dadurch für die Stasi interessant. Da brachten sie mir Papier. Ich wollte da auch die nicht auf eine falsche Spur führen, indem ich was falsch gezeichnet hätte, denn die haben auch Informationen woanders her gehabt und haben das sicherlich vergleichen können. Wenn man Zeitzeugen befragt, danach wie sie sich in den Aufnahmeheimen gefühlt haben, dann kann man schon sagen, dass die wenigsten sich da wohl gefühlt haben. Und der Kontrolldruck, der war natürlich besonders hoch in diesen Aufnahmeheimen und hat zu psychischen Belastungen geführt. Die Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin. Hier forscht der Historiker Henrik Bispink zur Geschichte des geteilten Deutschland. Dazu gehören auch die Gesinnungsprüfungen in den DDR-Aufnahmeheimen. Man muss sich ins Bewusstsein rufen, dass die Stasi von einem ganz klaren Freund Feinddenken geprägt war. Der Feind stand im Westen, das war der Klassenfeind, das war der Imperialismus und alles, was daherkam, war potenziell gefährlich und wurde nur eingesetzt, um der DDR zu schaden. Das Ministerium für Staatssicherheit ist sowohl Geheimdienst der DDR als auch Ermittlungsbehörde für politische Straftaten. Im Gegensatz zum westlichen Nachrichtendienst sind die Kompetenzen der Stasi viel weiter gefasst. Die Menschen in der DDR werden in allen Bereichen überwacht und kontrolliert, auch durch hunderttausende inoffizielle Mitarbeiter, sogenannte IEMs. Wir versuchen mehrmals mit ehemaligen hauptamtlichen Mitarbeitern der Staatssicherheit zu sprechen, die direkt mit Verhören und Bespitzelungen in den Aufnahmeheimen zu tun hatten. Vergebens. Sie waren ja damals in der Abteilung dafür zuständig und ja, da wollte ich einfach nochmal ein paar Fragen loswerden. Nein, das möchte ich nicht. Wir brauchen gar nicht weiterzureden. Nichts für ungut. Viel Erfolg, aber nein, danke. DDR-Einwanderer Manfred Dott wird, so erinnert er sich, etwa 80 Mal im Aufnahmeheim Barbie verhört. Über viele Wochen. Seine Aussagen muss er selbst protokollieren. Die Beamten stellen immer wieder dieselben Fragen und versuchen, Widersprüche aufzudecken. Wenn das nicht übereingestimmt hat, dann wurden die richtig böse. Dann haben die gesagt, also wollen sie uns hier in die Irre führen? Was soll das? Ich sage, ich weiß es nicht besser. Es tut mir leid. Und das war eklig. Ich kann mich erinnern, dass manchmal so zwei Frauen kamen und sich einfach mit mir unterhalten wollten, die mich so ausgehorcht haben. Und deswegen bekam ich ja dann auch verboten, überhaupt mit jemandem zu reden. Gut, dann habe ich halt mit niemandem geredet. In die Schule darf Anja nicht. Auch sie ist im Heim eingesperrt. Später muss ihr Vater jeden Tag im Heizhaus auf dem Gelände arbeiten. Und so ist die Neunjährige viele Monate lang sich selbst überlassen. Stundenlang sucht sie Kleeblätter auf dem Gelände. Und natürlich wäre ich auch gerne mal über den Zaun hinausgegangen. Da war Wasser. Ich hätte da gerne mal gespielt. Da habe ich gesagt, wenn es geht, spiele vor dem Heizhaus, da sehe ich dich. Na gut, hat mir manchmal leid getan, das Kind. Das war das Schlimmere. Woche für Woche bleiben Anja und ihr Vater Manfred eingesperrt. In ständiger Angst, nach Koblenz zurückgeschickt zu werden. Auch seine große Liebe, die 18-jährige Edith, darf Manfred nicht treffen. Dabei ist sie der Hauptgrund für Dots Einreise in die DDR. Die beiden sehen sich trotzdem. Einmal pro Woche wartet Edith am Zaun von Schloss Barbie. Sie kam dann von weitem hin und hat gewunken, Zeichen gegeben und da haben wir uns gefreut. Dann haben wir gewusst, das ist noch alles in Ordnung. Wir stehen das hier auch durch. Das war eigentlich schlimm. Ja, ich musste dann immer so mit den Tränen kämpfen. Ich habe dann immer schwer geschluckt. Ich zeige nicht gern so offene Gefühle und versuche das dann immer so wegzudrücken. Aber es war für mich doch nicht so einfach. Ich hatte die Hoffnung und ich habe einfach an dieser Hoffnung festgehangen. Ich habe mich daran geklebt und habe gesagt, kann ja nicht immer da drin bleiben. Und ich habe einfach darauf gehofft, dass er nicht zurückgeschickt wird, sondern dass er einfach hier zu uns kommen darf. Das hat dann eben die Kraft gegeben. Wenn ich jetzt da nur einfach hingegangen wäre und hätte die Edith nicht gehabt oder dieses Ziel, du willst mit deiner Freundin zusammen sein und wir wollen eine Familie gründen. Dann weiß ich gar nicht, ob ich das überstanden hätte, psychisch. So stark war ich damals auch nicht. Nach vielen Anträgen darf Manfred seine Freundin Edith endlich im Heim treffen. Ein einziges Mal und nur unter strenger Aufsicht. Besuche sind eigentlich nicht erwünscht. Die Heimbewohner sollen von der Bevölkerung ferngehalten werden. Wir durften uns zwar unterhalten, aber wir durften jetzt nicht näher, also einer an einer rankommen. So stelle ich mir das vor, wenn im Gefängnis jemand Besuch bekommt. Wir waren keine Kriminellen, wir wollten lediglich zusammen sein. Und wer das unterbindet, der kann nicht von sich behaupten, dass er ein demokratisches System ist. Ich war damals auf der Linie der SED. Also ich war überzeugt davon, dass das, was die Partei macht, richtig ist. Und das waren Illusionen, die waren weg. Am meisten zehrt, dass es jemandem so schwer gemacht wird, der vorher in der Bundesrepublik geglaubt hat, dass das, was Karl Marx aufgeschrieben hat, eigentlich das Richtige wäre und dass das hier vielleicht verwirklicht ist. Aber mit dem Tag des Einzugs hier begann mein Nachdenken und als ich hier rauskam, war ich kein Linker mehr. Seit 1971 ist Erich Honecker die Nummer eins in der DDR. Er will den Sozialismus attraktiver machen. Das heißt, Wohnungen und Konsumgüter fürs Volk. Doch Honeckers Versprechen von mehr Wohlstand und Freiheit entpuppt sich für die Dots als schöner Schein. In den Aufnahmeheimen werden die Kontrollmaßnahmen sogar strenger. Kontrollen, Befragungen wurden intensiver, wurden häufiger. Das bedeutete auch, dass die Aufenthaltsdauer in den Aufnahmeheimen, auch in Barbie, sich erhöhte. Von sieben Tagen Ende der 50er Jahre auf bis zu drei Monate in den 70er Jahren. Zwischen Ende der 50er und Anfang der 70er Jahre gibt es vier große Aufnahmeheime in der DDR. In Thüringen, bei Berlin, bei Schwerin und in Barbie bei Magdeburg. Wenn die Aufnahme in die DDR genehmigt ist, werden die Neubürger aber nicht so einfach in den Alltag entlassen. Sie kommen zuerst in ein sogenanntes Bezirksheim. In der Gegend, wo die Betreffenden nach Wunsch der Behörden wohnen und arbeiten sollen. Man wollte die hinzukommenden Bürger auch in der Richtung vorbereiten, dass sie einen Überbild kriegten über die Art und Weise des Lebens in der DDR und wie sie sich einzuordnen hatten. DDR-Rückkehrer Klaus Hofmann darf wegen seiner Schulden im Westen zunächst gar nicht einreisen. Ein halbes Jahr nach seiner Abschiebung wagt er einen zweiten Versuch. Im Aufnahmeheim Barbie wird schließlich entschieden, er darf bleiben. Doch bevor Hofmann in den Alltag entlassen wird, muss er in das Heim des DDR-Bezirks Dresden. Hier wartet er, bis der Staat ihm Wohnung und Arbeit zuweist. Das ist nun 49 Jahre her, denn so 64 war ich hier. Ich war seitdem nie wieder hier. Schon ein gutes Gefühl. Ich war in der Erinnerung, dass mich hier auch die Stasi ganz schön zur Brust nehmen wollte. Hier beginnt für den ehemaligen Republikflüchtling Klaus Hofmann die schwierigste Zeit seiner Rückkehr. Er soll sich in der Nähe von Dresden wieder eingliedern. Mit ihm warten im Bezirksheim rund 50 weitere Menschen auf Wohnung und Arbeit. So, das waren also meiner Meinung nach die Räume, wo wir damals untergekommen sind und gewohnt haben. Waren teilweise für ein oder zwei Personen, teilweise waren auch Familien hier. Obwohl Klaus Hofmann schon in Barbie unzählige Male verhört worden war, lässt die Stasi auch hier in Sachsen nicht locker. Man will ihn als Mitarbeiter anwerben. Er soll die Menschen in seinem Umfeld heimlich aushorchen und Berichte über sie schreiben. Sowohl im Heim, als auch an seinem künftigen Wohnort. Ich sollte für die arbeiten und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Dann haben sie gesagt, wir können sie auch zu dieser Zeit abschieben nach drüben. Und also schon richtig in einen Ton, wo man sagen kann, das ist ein kleiner Brassung. Sie bringen uns die Informationen. Er fing dann an, drei Punkte. Punkt eins, wieder rüber gehen, drüben für uns arbeiten. Punkt zwei, sie tun sich jemand von drüben einladen, hierher zu sich. Am besten ist, wenn sie irgendwas über ihn wissen, das wir verwenden können. Also im Prinzip wollte man dann denjenigen auch erpressen dazu, dass er mitarbeitet. Punkt drei war, sie selber werden hier für uns tätig. Er betonte sogar noch, wir können sie immer gebrauchen, auch selbst wenn sie immer eingesperrt werden. Wir sind ihr Kontaktmann, wir kümmern uns um sie. Diese Menschen, speziell die Rückkehrer, standen natürlich in einem gewissen Rechtfertigungsdruck. Sie sind abgehauen gegen den Willen des Staates. Man hat sie wieder aufgenommen, weil sie zurück wollten. Und jetzt sollten sie auch mal was für den Staat tun. Und das war natürlich schon ein Mittel, um sie auch unter Druck zu setzen. Zum Beispiel als IM für die Stasi tätig zu sein. Aus Angst vor Abschiebung in den Westen unterschreibt Klaus Hofmann am Ende doch. Und verpflichtet sich, für die Stasi zu spitzeln. Prompt wird er aus dem Heim entlassen, bekommt eine Wohnung und Arbeit in der Landwirtschaft. Doch Klaus Hofmann fühlt sich nicht wohl als Spitzel. Mit einem gewagten Trick versucht er sich wieder aus den Fängen der Stasi zu befreien. Obwohl er weiß, dass dafür Gefängnis droht, erzählt er in seinem Freundeskreis, dass er für die Stasi angeworben wurde. An das letzte Treffen mit seinem Führungsoffizier erinnert er sich noch ganz genau. Und da bin ich dann dort hin zu einem Zeitpunkt und dann war dieser Verbindungsoffizier. Und bevor er das nur so üblich ist, wie geht es oder so, da habe ich gesagt, da brauche ich nicht weiterreden. Bei mir war ich sowieso hin zu Kunst, Kumpels, Kneippgänger, sonst was, dass ich für euch arbeiten soll. Und naja, da hat er erst einmal mich drum angeguckt. Das war es dann. Klaus Hofmann ist für die Stasi wertlos geworden. Er hat Glück und wird nicht bestraft. Der Kinder wegen heißt ein DDR-Propagandafilm über Menschen, die in die DDR übersiedeln. Es ist ein Werbefilm, der Westdeutsche ins vermeintlich bessere Deutschland locken soll. Außerdem soll der Streifen, 1963 fertiggestellt, das Bild der DDR im Ausland aufpolieren. Jahr für Jahr verlassen auch heute Tausende die Deutsche Bundesrepublik für immer. Die Klügsten gehen nicht in eine ungewisse Fremde, sondern in die Deutsche Demokratische Republik. Sie wissen, hier ist das friedliche, bessere Deutschland. Das Deutschland, das den Kindern, dem die Zukunft gehört. In dem Film spielen auch Regine und Hans Mechulat eine Rolle. Das Paar ist 1961 aus dem Westen in die DDR übergesiedelt. Ihr Baby Ines wird schon im Sozialismus geboren. Hans Mechulat war Soldat der Bundeswehr. Er diente einem Staat, der nicht der seine war. Der 20-Jährige hatte kein Wahlrecht, also nicht die Möglichkeit, über seine Geschicke mitzubestimmen und sich ein Leben nach eigenen Vorstellungen aufzubauen. Am 28. August 1961 floh er mit seiner Verlobten in die DDR. Ines, ihr Kind, wird es gut haben. 50 Jahre später. Regine Mechulat und ihre Tochter heute. Den Film, in dem sie als Vorzeigefamilie auftreten, sehen sie inzwischen mit kritischen Augen. Das ist richtig roter Müll, ne? Das ist schon fast amüsant, eigentlich. Ein Glutenlied, wenn man ja Abstand hat. Das Kind ist der Zukunft wegen. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Ich habe mir gedacht, die interessiert das. Na ja, gut. Weil viele Leute ja auch nicht wussten, dass welche vom Westen in den Osten kommen, ne? Ne, dass es ein reiner Propagandafilm wird, das wusste ich nicht. Auch Familie Mechulat muss nach Barbie. Allerdings nur für ein paar Wochen. Damals werden die Ankömmlinge noch nicht eingesperrt und haben freien Ausgang. Die Vorzeigefamilie ist in Wahrheit aus sehr persönlichen Gründen eingereist. Sie wollen heiraten. Das geht in der Bundesrepublik nicht, weil Hans noch nicht 21 ist und seine Eltern die Zustimmung verweigern. In der DDR gefällt es ihnen ganz gut. Trotz der schlechten Versorgungslage. Also, dass es im September keine Tomaten gab, also, es hat mich bald umgehauen. Da in Barbie, ne? Sind wir dann einkaufen gegangen, das nächste Dorf. Und, äh, September und keine Tomate. Kein Salat, kein, überhaupt, das gab's einfach nicht. Nach ihrer Entlassung aus Barbie zieht die Familie nach Spremberg in Brandenburg. Sie bekommen Arbeit und eine Wohnung. Drei Kinder kommen noch zur Welt. Tochter Ines passt sich zunächst an und tritt in die FDJ ein, die Jugendorganisation der DDR. Man ist ja, wenn man so 8. Schuljahr war, eigentlich fast automatisch die meisten, allermeisten Leute da in diese Jugendorganisation eingetreten. Ich fand das auch voll spannend, weil das an sich schon auf Jugendliche zugeschnitten war. Und theoretisch ist es ja auch gar nicht die schlechteste Weltanschauung. Wo es dann Theorie und Praxis auseinander geht, habe ich dann später begriffen. Ich bin dann aus der FDJ ausgetreten mit einem richtigen Tänzchen, ja. Also, das war, es war richtig dramatisch mit der heutige Rückdenke. Die haben mich sehr unter Druck gesetzt. Und da haben mich meine Eltern überhaupt nicht verstanden. Wahrscheinlich bis heute nicht. Wir haben uns nicht verstanden, ja. Und da haben wir es dann so gelöst, dass ich ausgezogen bin, kurz bevor ich 18 war und der Kontakt gering war. Ein Konflikt aus politischen Gründen, der lange anhält. Ines Bartels will ihren eigenen Weg gehen, sich weder an ihre Eltern noch an das System anpassen. Das hat Konsequenzen. Sie wird jahrelang überwacht und schikaniert. Ihre Mutter dagegen hat Meinungsfreiheit damals eher nicht vermisst. Ich hatte mich schon so, wollen wir sagen, dran gewöhnt. Ich habe ja nichts anderes gesehen. Ich habe gedacht, du kannst sowieso nichts machen, also denk dir deinen Teil und halt den Mund. So ungefähr. Wir haben gedacht, dass wir sicherlich hier vielleicht eher die Möglichkeit haben, ein Leben aufzubauen und vielleicht unter besseren Bedingungen aufzubauen, dass man uns vielleicht eine größere Chance geben würde. Winfried Junge, er hat den Film gedreht, in dem Familie Mechulat für den Sozialismus wirbt. Der Kinder wegen entstand im Auftrag des DDR-Außenministeriums. Künstlerische Freiheit, Fehlanzeige. Wir standen da und der Zug fuhr ein. Wir drehten einfach, bis die Tür aufgeht und die Tür ging auf und kommt eine Frau mit mehreren Kindern raus. Da ist sie gerade zu sehen. Aber da dachte ich, da hast du schon mal Glück gehabt. Und es wäre auch gut gewesen, wenn ich an dieser Familie vielleicht hätte dranbleiben können. Aber das war natürlich eine andere Frage. Winfried Junge muss andere Familien filmen. Das SED-Regime allein bestimmt, wer für Propagandazwecke geeignet ist und wer nicht. Und dann hat man eben mir Leute genannt, die schon auch angesiedelt waren in der DDR, die das hinter sich hatten. Und das waren natürlich ausgesuchte Personen. Und das weiß ja auch jeder, der den Film sieht, dass das nun nicht gerade typisch war, sondern das waren die guten Ausnahmen. Der 77-jährige Berliner hat über 50 Filme gedreht und ist heute ein preisgekröter Dokumentarfilmregisseur. Weltweit bekannt wurde er für seine Langzeitdokumentation Die Kinder von Golzo, in der er den Lebensweg von 18 Menschen über fast fünf Jahrzehnte filmisch begleitete. Auf den Propagandafilm Der Kinder wegen blickt Winfried Junge nicht so gern zurück. Es war ja auch deutlich, dass dieser Film ja gar nicht für unsere DDR-Bürger gedacht war. Ich war nun in der Pflicht, das zu realisieren, hab's auch auf diese Weise getan. Darum gehört das ja auch zu den Filmen, die ich nicht wiederholen will, wo ich fast Schmerzensgeld bekommen müsste, wenn ich mich überhaupt daran erinnere. Die wirkungsvollsten Aushängeschilder der DDR aber sind nicht Filme, sondern Sportler. Spitzenathleten werden von der Diktatur gefördert und sind international sehr erfolgreich. Eine von ihnen ist Karin Balzer. Die heute 75-Jährige war früher eine der erfolgreichsten Hürdensprinterinnen der Welt. Sie erläuft Rekorde und zahlreiche internationale Medaillen für die DDR. 1964 holt sie bei den Olympischen Spielen in Tokio die erste Leichtathletik-Goldmedaille für ihr Land. Sieg und Goldmedaille Karin Balzer Deutschland in der Weltrekordzeit von 10,5 Sekunden. Karin Balzer flüchtet kurz vor dem Mauerbau in den Westen und muss jahrelang dafür büßen. Sie fühlt sich eingeschränkt in der DDR, will lieber in der Bundesrepublik Karriere machen, gemeinsam mit ihrem Trainer und späteren Ehemann. Die beiden fliehen nach West-Berlin und von dort aus in die Bundesrepublik. Erst im Flugzeug fiel sozusagen der Druck von uns ab, dass also wirklich jeder dicht gehalten hatte. Denn die Gefahr bestand auch nach wie vor, solange wir in West-Berlin waren, mussten wir auch Gefahr laufen, dass wir von dort zurückgeholt werden. Wir wurden dann ausgeflogen nach Frankfurt am Main und dann ging es weiter nach Ludwigshafen. Ein paar Wochen nach ihrer Ausreise bekommen Karin Balzer und ihr Trainer ungebetenen Besuch in Ludwigshafen. Zwei ihr unbekannte Männer und ihr Vater. Der Blick alleine sagte mir, hier ist irgendwas faul, zumindest ich wusste auch gar nicht, was ich mit diesen zwei Männern anfangen sollte. Die stellten sich gar nicht groß vor und mein Vater fing auch sofort an zu sprechen, also ich sollte doch wieder zurückkommen, so geht das nicht und so weiter. Na, also da gab es bei mir sofort die Habachtstellung. Es stellt sich heraus, die beiden Stasi-Mitarbeiter haben Karins Vater unter Druck gesetzt. Er soll seine Tochter überreden, in die DDR zurückzukommen, hat damit aber keinen Erfolg. Und sie mischten sich dann ein, sie haben uns dann zu verstehen gegeben, dann müssen sie auch mit Konsequenzen rechnen, auch gegenüber den Familien. Und ich habe ja noch Geschwister und die sind ja in der Entwicklung und das sollte ich mir reiflich überlegen. Aus der heutigen Sicht würde ich das glatt als Erpressung darstellen, als Sippenhaft würde ich das sogar bezeichnen. Die Drohung der Stasi-Funktionäre wirkt. Karin hat Angst um ihre Familie in der DDR und lässt sich zwei Monate später zur Rückkehr bewegen. Gemeinsam mit Freund und Trainer Karl Heinz. Die Stasi überlässt nichts dem Zufall. Ein Fahrer und ein Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit holen die beiden aus Ludwigshafen ab. Große Unterhaltung gab es überhaupt nicht. Es knisterte. Es war so eine gewisse Spannung. Und nach der Grenze fuhren wir dann auf einen Parkplatz, wo also angehalten wurde. Dann wurde uns also mitgeteilt, dass wir jetzt wieder zu Hause sind und dass wir jetzt mit den dementsprechenden Sanktionen zu rechnen haben. Dass also jetzt wir von ganz unten zu beginnen haben und dass die Vorstellung also ist, dass ich nun zum Kind des Sozialismus erzogen werde. Und damit wusste ich, dass ich höchstwahrscheinlich jetzt keinen Schritt mehr ohne Kontrolle zu absolvieren habe. Karin Balzer hat bis zur Wende unter den Repressalien des DDR-Regimes zu leiden. Einwanderer Manfred Dott ist ein knappes Jahr nach seiner Einreise in die DDR immer noch in Barbie. Im Herbst 1973 fällt endlich die Entscheidung. Der Westdeutsche und seine Tochter Anja dürfen das Aufnahmeheim verlassen und offiziell in Ostdeutschland leben. gemeinsam mit Freundin Edith. Die drei ziehen in eine gemeinsame Wohnung nach Halberstadt im Bezirk Magdeburg. Manfred wird Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Republik. Und bei der feierlichen Übergabe der Urkunde als Staatsbürger der DDR hat man mir ja dann gesagt, jetzt sind Sie Staatsbürger der DDR, jetzt können Sie heiraten und jetzt können Sie in Ihrem Sonderfall nie mehr in die Bundesrepublik reisen. Das Paar heiratet und bekommt noch ein gemeinsames Kind, Tochter Katja. Doch die glückliche Zeit hält nicht lange. Von Anfang an hat die Stasi den Ex-Bundesbürger im Visier und lässt ihn überwachen. Der Überläufer, wie er von den Spitzeln genannt wird, kann sich nicht anpassen. Bald schreibt er Ausreiseanträge, insgesamt 14. Er will zusammen mit seiner jungen Ehefrau Edith und den beiden Kindern zurück in den Westen. Meine Meinungsfreiheit, die ich gewohnt war, die konnte ich nicht so einfach ablegen. Ich hatte große Angst, ich hatte riesengroße Angst, gebe ich ehrlich zu. Ich habe immer gesagt, lass das doch sein und lass es uns doch nicht machen und wir haben doch Kinder und nein und wir ziehen das jetzt durch. Und mein Mann hat sich einfach durchgesetzt, bei vielen Dingen. Auch Tochter Anja fühlt sich im Sozialismus nicht besonders wohl, versucht sich aber anzupassen. Am Anfang wurde es immer sofort still, wenn ich irgendwo hinkam. Und dann hörte ich, das ist die aus dem Westen, das ist die aus dem Westen. Der Lehrer hat mal gesagt, guck dir mal, die zieht jeden Tag was anderes an. Anscheinend hatte ich am Anfang noch Kleider, als wir kamen. Später habe ich dann auch immer nur ein Kleid gehabt oder sowas. Und es war immer, es wurde immer getuschelt, aber ich hatte keine nahe Freundschaft. Ich wurde auch gemieden. Einmal habe ich versucht, in die SED einzutreten und da wurde mir gesagt, ich darf da nicht rein. Alle 14 Ausreiseanträge werden abgelehnt. Dass dort nicht wie andere Systemgegner hinter Gittern landet, hat er vermutlich seinen Westkontakten zu verdanken. Da bietet ihm die Stasi einen Deal an. Beim 14. Ausreiseantrag, da kam extra einer aus Magdeburg. Der hat gesagt, wir wissen, dass das im Westen bekannt ist, dass ihr hier so quertreibt. So hat er das gesagt. Ausreiseanträge waren ja Quertreiberei. Ich mache euch jetzt ein Angebot. Ihr hört auf mit den Ausreiseanträgen. Und Sie, Sie gehen zum Studium nach Magdeburg im Fach Hochbau. Manfred Dodd beginnt das Studium und schreibt keine Ausreiseanträge mehr. Überwacht wird er trotzdem. Bis zur Wende. Die DDR in den 80er Jahren. Während sich Erich Honecker immer noch bejubeln lässt, siecht das marode System langsam seinem Ende entgegen. Die kleinen Freiheiten für die Menschen im Sozialismus reichen dem Volk schon lange nicht mehr. Im Oktober 1989 beginnt die Revolution. Am 9. November 1989 läutet Günter Schabowski unbeabsichtigt das Ende der DDR ein. Die Mauer ist nun offen. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Schloss Barbie ist schon seit 1979 kein Aufnahmeheim mehr. Da in den 70ern immer weniger Menschen in die DDR wollen, werden die Rückkehrer und Übersiedler bis zur Wende in einem einzigen zentralen Heim in Röntgental bei Berlin untergebracht. Nur die Stacheldrahtreste zeugen noch von Barbies bewegter Geschichte. Heute gehört das Schloss zum Amtsgericht Schönebeck. Eine ganz normale deutsche Behörde. Olympiasiegerin Karin Balzer feiert auch nach ihrer Rückkehr große Erfolge für die DDR, leidet aber bis zur Wende unter den Schikanen der Staatssicherheit. Heute lebt die Rentnerin bei Chemnitz und ist immer noch dabei, ihre Stasi-Akte aufzuarbeiten. Klaus Hofmann, der ehemalige inoffizielle Mitarbeiter der Stasi, hat Glück. Nach seinem Rausschmiss aus der Behörde wurde er nie wieder vom Regime behelligt. Heute wohnt der 74-Jährige mit seiner Frau in Radeberg bei Dresden. Regine Mechulat ist inzwischen Witwe und lebt seit sieben Jahren in Berlin. Tochter Ines arbeitet heute als selbständige Geschäftsfrau in der Nähe von Magdeburg. Die beiden besuchen sich ab und zu. Manfred Dott wird nach dem Mauerfall Politiker in der letzten Volkskammer der DDR. Heute lebt er als aktiver Rentner in Thale, im Harz, mit seiner großen Liebe Edith. Die beiden sind seit seiner Einreise in die DDR vor knapp 40 Jahren glücklich verheiratet. Manfreds älteste Tochter Anja, heute 49, lebt mit ihrem Freund Rainer und zwei Kindern in Lorch am Rhein, mitten im Wald. Die studierte Chemikerin ist die einzige aus ihrer Familie, die nach der Wende in den Westen zurückging. Das DDR-Aufnahmeheim Barbie prägt sie bis heute. Aus meinem Leben und auch aus Barbie habe ich mitgenommen eine große Feinfühligkeit. Und in Barbie habe ich gelernt, lange stillzusitzen auf einem Fleck und kleine Dinge zu beobachten und in denen eine Weisheit zu finden. Anja Dott betreibt heute eine sogenannte Lebensschule und gibt erfolgreich Seminare.